Was ist hier los? Was ist das? Oh mein Gott. Das sieht aus wie ein... ...außerirdischen Treff. So ein Meeting. Also ganz nebenbei merkt, sind das ja alles... ...wie es scheint, männliche Personen. Ich möchte hier ja nichts unterstellen, aber... ...das ist doch sehr... Äh, nein Quatsch. Ich möchte Disco-Kugel haben. Brauche ich die überhaupt und... Wozu habe ich die Tröte und so? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Hm, was gibt's denn hier noch für... ...attraktionen? Fun. Naja... So nach Fun sieht mir das nicht aus. Und ich bin auch jetzt nicht für Fun overlegt und... ...hier sowieso. Oh mein Gott. Nee, was ist das? Das ist mein Raumschiff, oder? Na toll, dass man da dran darf. Jajaf. Fick dich, du Tittenmensch. Fick dich, du Tittenmensch. Conquist an Alien. Nee. Du. Freddy... ...kann das... ...übernehmen. Und der geht da sehr leidenschaftlich zur Sache. Ja... Das ist ein sehr... ...tolles... ...kampfspiel. Sehr erfordernd. Und sehr komplex. Ich kann nur zurückweichen und attackieren. Jetzt hab ich gewonnen, jetzt... Ja, und was gewinne ich? Nichts. Muss auch noch weitere Runden gewinnen. Das ist ja unendlich spannend. Ja, hopp, mach sie hier alle. Das geht ja gut ab. Nein. Schade. So war das eigentlich nicht geplant. Ich meine, aber knapp... Jetzt hab ich den Kaugummi bekommen. Das ist ja... ...klasse. Und sehr appetitlich. Was soll ich mit dem Kaugummi jetzt anfangen? Ihn in den Arsch stecken. Was ist ja überhaupt für ein Schuh, der so bewundert wird. Ja... Geht's hier auch mal noch weiter? Gut. Gut, gut, gut. Ja, das sind ja die... ...unnötigen... ...Typen. Fangen wir nochmal von vorne an. Cool. Aha. Kaugummi... ...unter... ...das... ...Äh, UFO. So. Jetzt hab ich ne Fernbedienung. Jetzt hab ich ne Fernbedienung. ...bekommen. Aber direkt wieder abgenommen... ...gekriegt und... ...hier ist nichts konstant, wie es scheint. Ja... ...ja... ...ok... ...ja... 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 ...okay... ...gehen wir einfach mal wieder weiter... ...was gibt's hier? Chicken... ...kann ich Chicken kaufen? Hm... ...25 Dollar... ...hab ich nochmal Geld? Ja... ...hab ich... ...gut... ...dann möchte ich jetzt Chicken kaufen... ...Barbecue Chicken... ...wird das verarschen... ...über so'n Scheiß... ...bische... ...bische... ...dumm... ...was sollt'n der Kack... ...da... ...können wir tauschen... ...hm... ...cool, krieg ich diese... ...Feder... ...das ist ja klasse, dass man hier... ...Gewinne einfährt... ...einfach unglaublich... ...so, jetzt hab' ich aber so ne... ...vaage Vermutung... ...die sich aber erst noch bestätigen muss... ...kann ich dem die Schlüssel aufsetzen? Ne... ...kann ich dem die Schlüssel aufsetzen? ...ja... ...cool... ...dass kann ich mit dem... ...UFO fliegen... ...dass kann ich schon mal den Schlüssel holen... ...nein... ...was sollt'n der Scheiß... ... ...to... ...kann ich den jetzt... ...auch da rausholen... ...nö... ...das war ja klar... ...war ja klar... ...war ja klar... ...ja... ...toll... ...kann ich das irgendwie jetzt abbrechen... ...ja... ...ja... ...weiß nicht... ...ja... ...also... ...ich hab' wohl genug gespielt und... ...ja... ...ja... ...okay... ...diese grafische Darstellung... ...Darstellung ist eben ein wenig misslungen, glaube ich... ...wie komme ich nun in meine Schlüssel dran... ...ja... ...hä... ...damit... ...nein... ...kann ich die Feta mit diesem Grill verwenden... ...soll ich den... ...bäsche... ...jagre... ...jagre... ...ben... ...ja...